Einführung in die Botanik, Blütenstände, die Ähre In diesem Video werden anhand von Beispielen einige Blütenstände vorgestellt, die man als Abwandlung der Ähre verstehen kann. Die Kenntnis der entsprechenden Grundbegriffe wird vorausgesetzt. Ähren besitzen eine Reihe von Blüten entlang der Spindel. Bei einem Köpfchen sind diese ausschliesslich am Ende akkumuliert. Der Unterschied ist also rein graduell. Die beiden Blütenstandsformen können daher ineinander übergehen und treten in verschiedenen Gattungen nebeneinander auf. Neben Torfildia, wie hier abgebildet, zum Beispiel auch bei Plantago oder Phytoima. Adoxa Morschatelina bildet sehr kleine und konstant fünfblütige Köpfchen mit einer senkrecht stehenden Endblüte und vier waagrecht orientierten Seitenblüten. Dieses Köpfchen ist zwar nicht durch die Reduktion einer Ähre, sondern auf anderem Weg entstanden, aber seine Verzweigungsstruktur entspricht einem geschlossenen, ratzimösen Blütenstand. Das zeigt ein aufgeschnittenes Köpfchen, bei dem eine Seitenblüte entfernt wurde. Die Endblüte ist kurz gestiehlt, desgleichen die Seitenblüten. Zudem ist die Hauptachse innerhalb des Blütenstandes nicht verdickt. Diese Guzmania-Art bildet einen endständigen Blütenstand mit rosaroten Deckblättern und weissen Blüten. In diesem Fall ist das eine ganz normale, einfache Ähre, wie sie bei vielen Bromelien auftritt. In derselben Gattung gibt es jedoch auch Arten mit Doppelähren. Das heisst, die Deckblätter im unteren Bereich tragen nicht einzelne Blüten, sondern wiederum ganze Ähren. Dieser Wechsel zwischen einfacher Ähre und Doppelähre macht für unser Auge einen grossen Unterschied, morphologisch ist die Differenz aber relativ gering, weil ein ganzer Organkomplex statt nur einmal nun einfach mehrmals gebildet wird. Wie steht es nun mit Gräsern? Gibt es hier auch Ähren, zumal die Bezeichnung Ähre ja von der Getreideähre übernommen wurde? Es gibt bei Gräsern unterschiedliche Blütenstände, aber beschränken wir uns einmal auf das, was man gemeinhin als Ährengras mit einer einzigen Ähre bezeichnet, also zum Beispiel Tritikum Weizen. Dieser Blütenstand als Ganzes erscheint tatsächlich als Ähre, gekennzeichnet durch eine unverzweigte Achse. Seitlich daran sitzen aber nicht Einzelblüten wie bei einer normalen Ähre, sondern sogenannte Ähren. Was sind nun Ähren? Das sind Teilblütenstände, die gebaut sind wie winzige Ähren, aber eingeschlossen von schuppenartigen Blättern, die man Spelzen nennt. Wenn das Gras blüht, öffnen sich diese Spelzen, danach schliessen sie sich wieder. Das heisst, die Blüten selbst sind die meiste Zeit gar nicht sichtbar. Hier sind die Tritikum Ähren geschlossen, aber die Lolium Ähren in beiden Abbildungen voll geöffnet. Deswegen ist hier die sehr dünne Achse, an der mehrere Blüten stehen, an einigen Stellen sichtbar. Bei den meisten Gräsern ist die Anzahl Blüten pro Ähren wesentlich geringer, sehr oft nur zwei, manchmal auch nur eines. Dann ist die Ährenstruktur, die dem Ähren zugrunde liegt, weniger offensichtlich als hier. Lolium ist in der Tat gebaut wie eine Doppelähre. Die Verzweigungsstruktur entspricht der Doppelähre von Crocosmia, einer Iridacee, natürlich mit diversen Proportionsunterschieden. Bei Crocosmia sind die seitlichen Ähren gestiehlt, bei Lolium sind die Ähren sitzend. Viele Grasblütenstände sind stärker verzweigt als Lolium. Eine einfache Ähre, im strikten Sinn, gibt es aber bei Gräsern nicht. Wenn man in diesem Kontext die Gräser erwähnt, muss man auch die Säcken thematisieren. Säckenblütenstände sehen weniger komplex aus als jene der Gräsern. In deutschsprachigen Bestimmungsbüchern etc. werden sie teils als Ähren, teils als Ärchen bezeichnet. Der Fall liegt hier etwas anders als bei den Gräsern. Garex, also Säcke, besitzt ausschliesslich eingeschlechtige Blüten, also entweder männliche oder weibliche, die sich aber nicht abwechseln, sondern getrennte Blütenstandsbereiche bilden. Hier abgebildet sind männliche Blüten bzw. männliche Blütenstände. Die männlichen Blüten bestehen nur aus Staubblättern. Sie stehen in den Achseln der Deckblätter, die wiederum direkt an der Hauptachse des Blütenstandes stehen. Damit liegen hier tatsächlich Ähren im eigentlichen Sinne vor. Anders bei den weiblichen Blütenständen. Auch hier hat man eine Hauptachse, an der ebenfalls Deckblätter stehen. Was hingegen in den Achseln der Deckblätter steht und aussehen mag wie eine weibliche Blüte, ist in Wirklichkeit wieder ein Teilblütenstand. Dieser ist extrem komprimiert und überdies nur einblütig. Diese Struktur wird nicht ganz überall in der Literatur, aber an den meisten Orten ebenfalls als Ähren bezeichnet. Damit sind die weiblichen Blütenstände um einen Grad stärker verzweigt als die männlichen und stellen morphologisch keine einfache Ähren dar. Ähren meint hier eine ähnliche Struktur wie bei den Gräsern, aber nicht exakt dieselbe. Kätzchen ist eine Sammelbezeichnung für längliche, dichtblütige Blütenstände, die meist hängen und grundsätzlich eingeschlechtig sind. Kätzchen können gebaut sein wie Ähren oder auch anders, zum Beispiel mit zusätzlichen seitlichen Verzweigungen. Bei der hier abgebildeten Gattung Quercus, also Eiche, bestehen die männlichen Kätzchen aus einer gestreckten und beweglichen Hauptachse. Jede einzelne Blüte entspringt direkt aus dieser Achse, ohne weitere Verzweigung. Deshalb handelt es sich hier tatsächlich ebenfalls um Ähren.